Ich ändere den Preis, okay. 180 Euro ist okay. Einmalige Gelegenheit. Weißt du musst ja auch die Twitch-Leute hier... Kein Mega-Duft, aber ein guter Duft. Sehr schönes Parfum. Sehr schönes Davor. Romka, ja. Das stimmt. Oh, Poor Monsieur. Hatte ich auch schon. Habe ich schon oft nachgekauft. Sensor deeply personal and someone would ever think about a living life. Jetzt gerade einer geschrieben. Scha Gebauer. Ey, Leute. Scha Gebauer. Schwierig. Thanks, Elias. Now I can't read my own comment. Okay. Mark Gebauer, you could increase the range... Oh, Drito Sule Jumanji hat geschrieben. You could increase your range by making a video with Mark Gebauer. Ich höre es dir. Ihr lügt ohne rot zu werden. Oh, wei, oh wei. Oh, guck mal. Okan schreibt. I became aware of you through Mark Gebauer. Nice watches, by the way. Das ist ein sehr schlauer Kommentar. The house without one, whereas others never use one in the first place. Personally, I agree with G. Bruce Boyer, who advocates, that a man should have a wardrobe of fragrances, so he can choose the right one for the right outfit and the right occasion. That being said, experimenting with fragrances can be quite expensive, because... Ralf Schneider ist nicht konservativ, er ist was konservativ vor der Einführung des Begriffs konservativ. Hey, Haptic, danke dir. Du hast auf jeden Fall mitgedacht. Das gibt ein Sternchen. Wie bei den Hausaufgaben. This man is a genius. Das ist jetzt eine heftige, heftige Sache. Because once you open it, you can return it. Even though there are thousands of fragrances out there, we wanted to focus specifically on classic ones that have been around for a while, because there's a lot of marketing hype and marketing dollars in the game, but we wanted something that was truly classic. Das hier ist richtig gut, pur monsieur. Habe ich sehr, sehr gern getragen. Hat nicht lange gehalten, das ist mehr so ein auffrischer, schönes Parfum. Schönes Parfum. Könnte ich mir auch wieder bestellen. Ich wüsste zwar nicht, wofür ich mir das bestellen würde, aber ich würde es mir vielleicht bestellen, zusammen mit Egoist. Pur monsieur ist ein richtig aggressiver Duft. Wirklich Gentleman Duft. Wirklich, wirklich. Was kam jetzt hier rein? Check out Mark Eber, maybe you can do a video with him. Boah ey, das wäre, he is bigger. Alter, lüge doch nicht, Alter, lüge doch nicht. Fotografie bei KMZ, ey. Warum lügst du? Auch schönes Parfum, ne? Auch schönes Parfum hier, äh, Aqua di Parma. Ey, wo schreibt ihr die Kommentare? Warte, ich zeig's dir hier, bei dem hier. Aber bitte keine Hentai, äh, Gartenwebauer-Sachen, okay? Es geht jetzt um die Zukunft, ey. Tut mir das nicht an. The history of the Cologne, as well as our personal review. The first fragrance is 4711, or in German 4711. 4711. It is now by Meurer und Wirz, but it used to be from... Baby, ich zerfetze dich wie bei der AP bis gleich. Achso, AP wird dich gleich. Achso, dass die mich adoptieren, ja, okay. Boah, was geht denn mit dem, Alter? Der hat ja meine Vibes morgens. Genau so. Leute, viele fragen mich, wie ich mein Parfum auftrage. Hier habt ihr einfach die Antwort. So. Ich nehm so ein Glas Wasser. Ich nehm einfach das Glas mit dem Parfum, kipp das über meine Hand und dann mach ich so. Ab geht's. Guck. Alter, was geht denn mit ihm? Ja, external application. Willst du's trinken, oder? Er mag es nicht. Basil, Bergamot und definitiv Lemmon. Dann mal die Augen für 30 Minuten nicht mehr öffnen können. Genau, genau, genau. Okay, komm. Das ist okay, komm, lass mal an der nächste machen. Aber die Flasche sieht schön aus. Mein Dad hat immer diese Seife da benutzt. Ah, Tatsache. Alter, 3 Euro. 47 eignet sich auch als Verhütungsmittel. By the way, meld dich, wenn du eine Sub-DLC mit schwarzer Beschichtung in die Finale bekommst. Ja, ist schwer zu bekommen. Auch sehr schwer zu verkaufen. Aber vielleicht, vielleicht kommt mal was rein. Jetzt wisst ihr, was ihr beim Gäste-Badezimmer, wir haben ein Gäste-Bad. Wisst ihr, was da drin steht? Da steht einmal drin, Tom Ford, das Tom Ford, dieses Gelbe. Ich weiß nicht, wie das heißt. So ein ganz normales gelbes Tom Ford-Parfum. Dann gibt es das überhaupt noch? Wisst ihr, was ich meine? Dieses ganz Basis, Junge. Tom Ford-Düfte. Hier, das hier in Gelb. Das steht drauf. Dann steht noch drauf, wie heißt das nochmal aus New York? Dieses Hamptons. Ja, das hier. Bond Nummer 9, das haben wir noch da. Dann steht da noch eins. Ah, genau. Bei Redo. Dieses Bei Redo. Irgendwas mit Gentleman's oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eins von dieser Marke noch. Das steht bei uns. Trage ich auch nicht mehr gerne. 180 für Mortal Skin. Guck mal hier, versuch mir zu verhandeln, KCD Studios. Du willst Mortal Skin für 180? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Warte, 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 warte. Ach komm, scheiß drauf, ey. Ich mach das jetzt für dich, okay? Aber da musst du jetzt bestellen. Ich passe jetzt den Preis online an. Ich hab keine Lust, immer hin und her zu, dann, weil, mit Rücküberweisen. Ich ändere den Preis jetzt, okay? Dann bestellt jetzt. Ey, jetzt pass auf, alle anderen bestellen jetzt auch. Ich ändere den Preis, okay. 180 Euro ist okay. Einmalige Gelegenheit. Weißt du, musst du ja auch die Twitch-Leute hier belohnen. Warte, ich geh mal grad rein. Der Blitzkind ist auch ein guter Duft. Ich hab das Ding auch. Warte, ich mach jetzt einmal, ich mach jetzt einmal den Preis. Auf 180, haben wir gesagt, ne? 180 speichern. So, her, kannst du jetzt kaufen, 180 Euro. Hier ist 180 Euro. Ein Zehner für die Baba. Aber die Baba Watson, boah, das gibt jetzt auch Angebotspreis. Machen wir auch 180 Euro. In a hard note, I can definitely smell some Sandalwood, Vettiveu und Patchouli. The base notes for me are already leathery. There's some oakmoss. And some people could smell amber. I couldn't. In my mind, it's definitely heavier in the 4711, but it still has a serious note. It's a great masculine cologne. And personally, I'd rather wear it in the fall-winter-season than in the spring-summer-season. It's definitely a scent with a strong presence. And because of that, I think it's better suited for evening occasions, not so much for the office. Because some people may just think it's too strong. To learn more of... Krass, muss ich auch mal testen. Muss ich auch mal testen. About the proper office etiquette. Was hältst du von der Michael Schumacher Quark Style Speedmaster? Muss ich mir noch mal angucken. Please check out this video here. Priced at $25 for 110ml, Aramis is definitely on the lower end of the fragrance scale. Our team rated it unanimously at about 3 out of 5 stars. Number 3 is D.R. Harris Classic Cologne, which was developed in London in the late 1800s in one of the oldest pharmacies there. It has been on St. James Street for over 200 years and they hold the royal warrant from Prince Charles. It is characterized as an aromatic fougere scent. Was? Die Produkte werden teurer auf eBay Kleinanzeigen verhandeln. Ja, ist ja egal. Ist nur für euch. Sieht doch kein anderer jetzt. Okay, was haben wir noch hier dabei? Das kenne ich jetzt nicht. Ah, Felix, danke dir. Oh, NBA. Like a boss, danke dir für den Sub. West Indian Extract of Limes in Cologne. Dan Hill. Alter, gebt euch das mal bitte. Created in 1934. Das Parfum ist seit 1934 auf dem Markt. Was geht denn ab? Das ist ja cool. Danke dir, Alter. Es giftet seven gifted Subs in the channel. Alter, was geht denn bei dir ab, ey? Oder warst du über den ganzen Abend? Nichtsdestotrotz, danke dir für den gifted Sub. An Lupixa. Hört sich eigentlich gut an, ne? Hört sich gut an. Spannend, oder? Mark, wie erhält man dein Twitch-Preis-Sonderangebot Tudor bei dir im Shop für 2,2? Aber ich ende das morgen wieder, ne? Sonst die Leute... Kommen wir mal hier, machen wir auch nochmal hier. Habe ich 2,2 eben gesagt? Laber, ey. 2,2, okay. Habe ich eben 2,2 gesagt? Nein, laber jetzt mal nicht. Habe ich eben 2,2 gesagt? Weil die ist bei 2,96. Ne, was habe ich denn eben gesagt? 2,4. Ah, okay. Ja, okay, 2,4. Ich dachte schon, Alter, das ist ja richtig low. Okay, 2,4, Preis angepasst. Wenn jemand kaufen will, ich ändere das morgen wieder ab. Danke. Muss ich sagen, nicht verkehrt, ne? Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Aber hier, für die 10 Community-Subs, ne? Heute Black Friday mit Verspätung, was? Nein, nur so. Nur so, kein Problem. Looking through other people's notes, it seemed to be the Tonka bean, because the oakmoss and the cedar was there, but the characteristic part was that Tonka bean that just made it smell different. Price at 4,6 dollar for 100 milliliters, it's definitely somewhere in the middle. Aber mega krass, oder? Seit fast 100 Jahren ist das Ding im Game. Frankly, for my first sniff, I came too close, and it was just overpowering and overwhelming. At that point, I would have given it a negative one out of five. After the initial shock, I could smell some lavender, and it made me think of a 1950s women's powder room, not a London gentleman's club. And when we test sense, we always smell them very up close on our skin, and I think... Na ja, Rosso 17 habe ich jetzt, das muss ich direkt vom Dings kaufen, das habe ich nicht on Stock, weißt du, darum kann ich da jetzt keinen krassen Preis raushauen. Aber ich arbeite dran, dass wir da mal was machen. Deine Top 3 Xerchoff-Düfte, Accento, Richwood und... Accento, Richwood und Farce. Sometimes, it's not quite realistic, because other people will smell you from much further away, and sense really smell differently. Because of that, I gave it more chances, I wore it on regular days, and try to... experience what it felt like, and I liked it more than I initially did. I would definitely still call it an old-school scent. Some people may call it dated, others may call it just serious. Krass, krass. Overall, it's a mixed bag. Oh, Patch Aquarium, danke dir für den gifte Zapp. Kein Megaduft, aber ein guter Duft. Das Ding ist seit 1955 bei Chanel's 2nd Chief Parfumeur, Henri Robert. Alter, das Ding ist seit 1955 im Game. Alter, das ist cool. Das ist cool. Das ist echt cool. Was Chanel's first fragrance for men, and is such a novelty. In Top Note, you can smell some lemon, verbena and orange. The Heart Note have some ginger, cardamom and coriander. In the base, there's definitely some cedar and oak moss. Overall, it felt like a very round, elegant scent. Personally, I like anything related to verbena or lemongrass, but this Chanel cologne wasn't overpowering. It was very elegant. Elegant, ja. Not as much in your face as a GOF Trumper or a Dio Harris. Spelling it, I could tell it was designed for the Parisian gentleman, not for the American Cowboy. Why? Well, it's not this distinct heavy men's cologne like the Alfred Dunhill. It's just a bit more rounded, but it's also not female. I think the Chanel pour monsieur could be worn in the evening, but also at the office. Schöner Duft, ja. I gave it the three and a half out of five. I mean, can't ich mir auch mal wieder kaufen eigentlich. Can't ich mir auch mal wieder kaufen. Some people on our team hated it, others really liked it. Price at 98 dollars for 100 milliliters. It's definitely more in the upper echelon of... Boah, Alter, weil seit wann die da das Geld kassieren, ne? Wahnsinn, wie lange das Ding schon im Game ist. 1953. Ah, kenn ich nicht. Created in 1934, just like the Dunahill from... Reminds me of a women's hair salon in the 1950s. And the closer you get to it, the stronger the vanilla gets. Frankly, in my mind, it's a lavender vanilla balm. And I can see it being used for a milkshake flavor. Maybe a chocolate flavor or ice cream. But not yet, that they wouldn't wear anything below a three. Heute noch CSGO. Ja, wir gehen gleich bei CSGO rein. Kein Problem, dauert noch ein bisschen, aber wir gehen gleich mal rein. Price at 30 dollars for 118 milliliters. This is a solid no for everyone on our team. Number eight is Old Spice. And even though this seems to be the classic Grandpa Cologne in the last 50 years, it was actually invented much earlier in 1937. At the time, it was created by Shelton Inc. I wonder about the 1970s. Old Spice pivoted from just old school shaving more into fragrances. And so eventually, it was bought by Procter & Gamble. The true original formula of Old Spice is no longer available because Procter & Gamble reformulated it in 2016 to comply with current regulations. If you grew up in the US, Old Spice is worth because your dad might have used it, your grandpa and it was just a very commonplace aftershave. Because of that, many will probably associate an old school vibe with it and nostalgia. In the top notes, I can definitely smell some nutmegs, citrusy, maybe lemon or orange and some star annies. Der gibt sich so viel Mühe, der Ralf. Oh, sehr, sehr gut. Fragrant. Yeah. Oder ist es der Duft? Ja, ja. Oh, ein Luca mit fünf gegifteten Subs, Junge. Heute ist es aber auch richtig wild. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn, was hier abgeht. Das Parfum hatte ich übrigens auch hier, um das es jetzt geht. Das rote, das gibt es nur in Paris. Sehr, sehr schöner Duft. Hält. Ich hatte das extrahierte Eau de Parfum. Das hat mir Victoria gekauft. Es war auch extrem teuer. Aber ich habe es gerne benutzt. Ich habe es sehr, sehr gerne benutzt. Ich hatte den mal bei einer Dubai-Reise mit dabei. 2018. Seitdem muss ich immer daran denken. Und vor allem Fun-Fact, das Parfum ist das Lieblingsparfum von Berlusconi. Nummer so, ja. Ach, nee, nee, 40, nee, nee, da habe ich ein anderes. Gibt es, glaube ich, als... Das war das, was ich hatte immer mal so viel teurer. ... für Francesco Rabaneda y Cuervo. Er war ein spanish-designer-designer aus der Basque Region, der einen Namen für himself, because of his avant-garde. So in today's video, I'm wearing a three-piece suit with a double-breasted waistcoat. Ah, KZE, das ist kein Problem, macht ja keinen Stress. ... oder maybe the old Spice could both work with it. It's a grayish-brown with kind of a very faint orange stripe, which is somewhat vintage inspired. I'm picking up the orange tones of the suit in this pale peach dress shirt with French cuffs and a very wide... Ach ja, Jungs, wie schön, wie schön. ...